Ausnahmezustand in Hamburg. Bei einem Minikonzert in einer Filiale der Bekleidungskette New Yorker sangen The Wanted ihre weiblichen Fans in Ekstase. Denn Max, Tom, Viva, Jay und Nathan sind längst kein Geheimtipp mehr. Die Castingband erreichte gleich mit ihrer ersten Single, All Time Low, die Spitze der britischen Charts. Nun soll es für The Wanted auch in Deutschland ganz nach oben gehen. Das Zeug dazu haben die fünf in jedem Fall. Alle spielen ein Instrument und sangen sogar bei ihrem Kurzauftritt live. Entsprechend gefragt waren die Autogramme der Briten. Die Boygroup steht übrigens nicht nur gemeinsam auf der Bühne, sondern lebt zusammen in einem Haus in London. Aber was finden die weiblichen Fans eigentlich so toll an The Wanted? Erstmal sehen die natürlich alle sehr gut aus, muss man ja sagen. Und dann die Musik gefällt mir einfach, ist mal wieder was Neues. Man versteht sie, also haben gute Texte und die Melodien sind sehr schön. Welchen Typen magst du besonders gern von denen? Nathan. Tom. Er ist hübsch und einfach toll und singt gut. Nathan. Tom und Max. Zum Schluss gab es dann noch eine Coverversion für die Fans. Iris von den Google Dolls. Daniel. Ho. Ta-tan! auf! Na! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017